was geht ab meine freunde und herzlich willkommen zum neuen video und heute ballern wir einfach querbeet durch funkerraketen wir haben schon die einzelvideos gemacht und jetzt machen wir noch mal so von jedem ein paar und fangen einfach mal an mit den gold funkerraketen die fallen mir richtig gut hauen wir auf alle weg dann sind sie weg machen wir als erstes die dorado rakete so jetzt kommt die hydra rakete ein paar so wunderschöne raketen königs rakete also diese raketen ich habe mich echt verliebt leute jetzt machen wir mal so eine sirenen rakete orange schön laute singe jetzt kommt die aquarius rakete aus dem kometenschauer fliegen immer so geil lange jetzt machen wir noch eine sirenen rakete in blau der war extrem laut der aufschieb so dann haben wir noch mal eine aus dem kometenschauer hier die pinken oder rot wunderschöne raketen und die letzte aus dem set das ist die taurus rakete die grüne auch sehr schöner effekt grün pink dann würde ich sagen machen wir noch mal zwei sirenen raketen auf einmal und zwar grün und pink die andere hebe ich auf weil gleich kommt noch ein kollege und der muss sie noch sehen das war wahrscheinlich gerade nicht ganz gesehen leider aber leute kauft euch die funkraketen einfach zu geile dinger haut rein und tschau auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020